Hallo, hier ist der Martin von Money Mankeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 16.03.2024. Und unser DAX hat zumindest mal an der richtigen Stelle gesägt, zum Dienstag tiefer angesetzt, den Keil auch schon gesetzt. Du müsstest jetzt eigentlich nur noch reinhauen. Wir gucken es uns im Detail auch gleich nochmal im Chart an. Zunächst aber erstmal der Blick auf den Tagesschart. Wir haben tiefer geschlossen als am Vortag. Wir haben weitere Tiefs gesetzt, damit die Bewegung weiter nach unten ausgebaut. Die Tageskerze ist grün, zeigt aber hier in dem Sinne noch nicht zwangsweise jetzt auch eine Umkehr an, dadurch, dass der Kerzenschatten oben noch sehr lang ist. Das heißt, auch hier kann man sich jetzt weiter runterhangeln und letztendlich sogar sagen, unter der Tageskerze geht es erstmal abwärts weiter, was so ja auch in der gestrigen Analyse ein bisschen Gegenstand war. Wenn ich mir angucke, was wir hier gemalt hatten, dann ging es uns primär darum, dass er halt mal ein bisschen Druck aufbringen muss, um unter der 7.20, 7.100 auch bis zur 6.30, 6.100 kommen zu können. Das hat er geschafft. Er ist gleich am Morgen auf der 6.30 gewesen, hat sich zum Abend sogar noch ein Stückchen tiefer was gegönnt. Und jetzt wäre das dann, dass das jetzt die zweite Anlaufstelle von oben kommt. 7.20 war die erste, dann jetzt 6.30, 6.100 ist die zweite und nun kommt der größere Brocken, der sich dann lösen könnte, wenn der Bereich hier auch noch aufgegeben wird. Das heißt, sollte unser DAX sich jetzt zum Mittwoch unten rausfallen lassen und den Bereich auch von unten halten. Das ist wirklich ganz wichtig. Der muss von unten kommen, den Bereich nach unten wieder abwehren. Der darf jetzt nicht einfach unter 6.20 fallen auf, ich sag mal jetzt 5.80 und danach wieder über 6.30 ansteigen. Das funktioniert so nicht. Der muss da wirklich drunter und dann von unten sich abstoßen und weiter tiefer, sonst kriegt er das nicht hin einfach. Solltet er sich hier nämlich bloß drunter stoßen und dann rennt er wieder hoch auf 6.30, dann ist das hier eine Flagge. Dann macht er hier sein letztes Tief, geht oben an die Flaggenkante ran, bricht die Flaggenkante und läuft uns Donnerstag weiter nochmal auf ein neues Allset hoch hinaus. Das wäre die Konsequenz, wenn er unten jetzt nicht am Ball bleibt. Ja, also wir könnten hier, doch wir sind im 2-Stunden-Chart, da können wir auch das zeichnen. Können hier jetzt schon mal durchaus einen Strahl ansetzen oder eine Trendlinie und sagen, okay, wenn der oben dann drüber macht, ganz egal, ob jetzt noch mit weiterem Tief oder nicht, wäre das nur als Flagge zu werten und dann wird es wieder in die Aufwärtstrendfortsetzung gehen, was uns dann natürlich wieder an die Hochs führen kann. Ja, das heißt, hier dürfte man zum Mittwoch jetzt schon sagen, oberhalb von 7.50, aber gut, das haben wir gestern auch gesagt. Es ist ja eigentlich jetzt in den beiden Barrieren geblieben, die wir gemalt haben. Ja, aber wenn er über 7.50 geht, ist wieder die 800 dran und dann eben auch mehr, schon 8.80 bis hoch in die 17.89 kann das schon gehen. Jetzt nicht zwangsweise schon am Donnerstag, das wird dann eher, schon gar nicht am Mittwoch, ja, eher auch noch nicht am Donnerstag, sondern das dann Richtung Freitag, aber eine 8.80 wäre hier über Mittwoch, Donnerstag jetzt durchaus schon erreichbar. Der Mittwoch, der legt jetzt eigentlich bloß den Fahrplan, wie der Donnerstag und der Freitag genommen werden muss. Ja, bricht uns aber die Kante nach unten weg, hätte auch gut Platz halt. Ja, es ist bis 4.60, 400 hier nochmal ein bisschen auszutoben. Wäre interessant, Bitcoin jetzt auch am Allzeithoch quasi einmal umgeklappt, wenn der da in Doppeltop steht. Also, es wird interessant. Haben wir auch gerade ein Update bei uns nochmal rumgeschickt. Also, schöne, spannende Situation. Jetzt auch über einen breiten Markt betrachtet. Ja, auch wenn man andere Assets anguckt, egal ob das für TI oder Gold, das sieht überall gerade ein bisschen spannend aus. Also, es müsste sich einfach nur noch was lösen, um die nächste Trennströmung ein bisschen einzuleiten. Und von daher bin ich hier sehr gespannt, wie das ausgeht. Stand jetzt müssen wir uns noch als Flagge werten. Ja, deswegen sehr vorzusteig, wenn er auch unten eben das Tief nicht annimmt. Aber habe ich eingangs schon gesagt. Von daher, bevor ich mich jetzt wiederhole, machen wir die Analyse zu. Ich denke, es ist alles gesagt. Gucken wir mal, was da draus macht. Ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss.